zwei dollars in der lagerkasse das aber nicht viel das pferd behalte ich muss die nächste mal wieder einkaufen gehen hier so fratzen kaufen für mich um ein pferdchen aber jetzt sagen wir mal schon mal hier sind noch mal erst mal noch die sohn von tatsch so so i think you should pay mr trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to take charles with you oh the sight of the pair you would make a statue sing out its secrets okay all right then we will take charles and then we will go to trevani 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 klar to trevor okay ok und sich stellen wir mal zu geil der tübe so zieht einmal einer zigarre und schweißte direkt weg der weiß wie man braucht der muss ja kohle haben der muss ja die decke kohle haben schnittig wird schon auch da sitzt auch so ein teilen morgern ölkern du geil wir gehen auf ich Er möchte uns mit Choloni sprechen, über diese Bounty Hunters, die uns kommen. Hopen, er kann uns wissen, wer sie sind, oder wo sie kommen. Okay. Und jetzt sind Sie deputaten? Ja, etwas so. Als wir die Augen auf den Scheiß von einem Scheriff, die die Stadt läuft, ich wusste, dass Dutch ihn spielen würde, wie ein Fiddle. Auf dem Weg von einem Bunchen von Lawmen, arbeiten für einen anderen. Ja. Interessant. Hidding in plain sight, Dutch calls it. Hm. So, spirits seem good, in the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple of times, but he's, he's a strange one. Hmm. Hmm. He's just a cockroach and fancy bridges. Ah, yeah, he's a kid. He's a kid. He's a kid. The rest of us can't. Hold. Recognize that one with the fire outside. Let's take a look. Let's take a look. Trelawney, where are you? Someone got here first. So it seems. he's a kid, he's a kid. 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 What do you think? der bestimmte hinweise der apfel immer zu sich ja gut dann benutze ich habe mein adlerauge ja geh mal weg da ich muss mal kurz hier den schublade untersuchen weil ich ja was spannendes drin das ist nicht so gut Du hast eigentlich gesagt eine verdammt Sache. Ich dachte, du wusste. Das ist seine besondere Stadt. Sie können 20 Kilometer entfernen. Wir können sie so weit entfernen, wenn wir brauchen. Depends auf wie viel du willst sie finden. Ja, ich bin noch nicht sicher. Hey, schau. Mal schauen, was diese Leute sagen müssen. Entschuldigung. Ja, hast du gesehen? Wir schauen für unsere Freundin. Ich glaube, er ist hier. Ah, hast du gesehen? Er ist eine gewisse Frau? Eine gewisse Frau? Eine gewisse Frau? Eine gewisse Frau? Nein. Nein. Er benutzt eine Kain. Er sieht viel wie dieser. Ja. Alles klar. Ja, was klar. Woher der hell ist? Wir beide besser rauskommen. Komm her! Komm her! Ah! 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 А. Das ist bei denen. иты Konfeig, dein Problem. Ja. Wir sind zuermassen von Herrn Kornfield. Aha! Ah! Ist der da Ourless? das war vielen dank ok und sich dann Das ist ein spannender Pferde, ne? Ihr würdet mir nie was tun. Alles klar, schärft. Warte, was war das? Der hat seinen Kopf gerade gezuckt. Sorry, aber ich... Ich will wissen, was da drin ist. So viel Zeit muss ja mal sein, ne? Oh, vorgegen das Mikro... äh, vorgegen Herz hat gehauen. Ah, 2 Dollar. Ich würde sagen, du machst jetzt mal einen Abgang. Guck mal, was der noch sagt. Den habe ich ja, glaube ich, nur geboxt, ne? Auf geht's, genau, auf geht's. Ja, ich hoffe es. Wenn wir schon wieder bei denen vorbeischauen. Ja, ich hoffe es. Wenn wir schon wieder bei denen vorbeischauen. Schlimmte Infos über uns. Schlimmte Infos über uns. Du denkst, er wird sprechen? Natürlich, er wird sprechen. Er würde seine eigene Freundin, um ein Train-Fair zu retten. Er weiß nicht, wie nicht zu sprechen. Er weiß nicht, wo wir aufhören. Zumindest glaube ich, er weiß nicht. Ich weiß nicht, warum Dutch immer mit ihm geht. Er ist immer wieder weg. Er hat seine Fähigkeiten. Er hat seine Fähigkeiten. Und, naja... Die Loyalität ist mit der Dutch. Natürlich. Aber Trelawney ist Loyal? Ja, ein bisschen. Ich denke, Trelawney ist nicht genau das Loyal. Er hat nur eine große Fähigkeit. Keine Angst. Wenn er gesprochen hat, ich weiß, was er sagte. Hmm... Oh, das war's von. Er bringt uns etwas groß. Ich denke, das ist ein spezieller Talent. Er hält Fisch auf der Linie. Hmm... Das war ganz zu Hause. Mal gucken, mal gucken, ne? Das muss er sein. Das muss er sein. Oh, hier ist es. Ich dachte, sie wird da hinten. Hey Trevani, was gut? Oh, das war die Ereba. jetzt habe ich habe ein kleines gewehr Jetzt fliegt es wieder Oh nein, das ist doch nicht Wo sind denn die Führer? Ich hab's gar nicht gesehen Where are you? Ah, die habe ich auch schön auseinandergenommen. Ah, 20 Dollar! Ich sehe schon, hier ist noch ein bisschen reicher unterwegs. Darts sind noch ein bisschen reicher. Rösser, rösser, rösser. Rösser, ne? Hm. Wo in der Hölle sind sie? Ich finde dich. Ich habe das richtig gesehen, ne? Hey, wo ist denn dein? Ich bin der Hölle, rösser. Ich bin der Hölle. Schau, das ist nicht mehr. Wo ist denn das? Ich bin der Hölle. Ich bin der Hölle. Ja, 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 habe ich gesehen. Oh. Oh, da ist der noch einer. Oh, das ist doch. Ah, ja, das ist schon die komische Ausrüstung. Vielleicht ist er auch noch rüber, weil er offen ist. Ah, nee, dann muss hier irgendwas sein. Den meisten. Nee, nee, aktuell gerade nicht. Oh, der Oktadach. Ja, das ist doch. Äh, ich soll da nur, ist er dann... Äh, ist er recht in dem Hagen? Ja, auch nicht. Hä? Äh, wie hätte er mich denn jetzt... Wo war der denn jetzt? Oh, er ist mein! Let me take him. Get out here. You have my friend. He's not your friend? I'll give you money. Oh. Tja, besser im Gesicht. Come on. Das sieht sich ja weh. This should take him the money. I know, I'm a four. Ow, ow. Also, jetzt nehmen wir mal das hier rein, gucken wir mal, was das so kann. Oh. 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 So, jetzt nehmen wir das Gewehr. Alles klar? Nee, warte, ich ne Waffe, ne Waffe. Ich auch. Hey, 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 bleib mal schön hier. Pium, pium, pium. Warte, wir gucken erstmal noch, was die noch zu gewaffen haben. Oh, seltenes Swarling-Blockgewehr. Dann nehmen wir mit. Es ist nicht der Schleppel. Ich weiß, wie viel Probleme er mit ihm hat. Ich denke, dass wir schnell wissen. Wir können uns nicht die Brücke, Arthur. Unsere Schleppel haben so lange gedreht. Wir haben noch weniger Schleppel als dieser. So habe ich gehört. Ja, was sind wir? Was sind die Regierung und die Bounty-Hunter? Ich hoffe, dass du recht bist. das gewerner war das man abgegriffen hat aber wieder ich komme das müsste passen wie waren sie? Sie waren ein Bounty Hunter Kohl Stoddemeier Ok Sie waren nicht für mich Was sagst du ihnen? Nicht viel Ich sagte ihnen, dass ich ein intellektuelles Ich bin hier aus Oregon Sie waren für eine Arbeit auf der Universität Natürlich Sie waren mir Sie waren nicht Sie haben noch eine Hörnetsnest in Blackwater So, ich bleibe hier Es könnte besser sein, wenn ich mit dir bleibe, für ein Zeitpunkt Ich kann nicht zurück nach dem Karavan Okay Charles, du holst Trelawney zurück nach dem Camp und ich werde dich mit dir zu treffen Okay Ich ketsche ihn up Oh Ah was geht jetzt hier hat sich selbst repariert what next was geht das mit johnny müssen wir noch machen pferdefleisch zum abendbrot lecker schmecker und feine freunde das sieht sehr friedlich aus was sie davor aber ich habe mir zu überlegt ich zahle erstmals noch kurz das kopfgeld hier bin ich was geht wir haben gerade genug kohle dass ich mal versuchen immer so wenn ich irgendwas böses machen mit maske und so und alle zeugen töten was ich bis jetzt mal auch schon mache aber irgendwie ich versuchen dass er dass man es jetzt mal schafft dass ich gar kein kopfgeld auf mir drauf ist schon genug auch nicht auch noch hier action jackson hier aber ich erst mal das da machen weil ich weiß was das uns für möglichkeiten eröffnet wenn wir sind eigentlich ganz geil ein bisschen geld zu verdienen das spiel das spiel ist schon echt schön alter kann man nichts sagen schon echt richtig schön also ja also ja 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 so ja ja Just leave me be. Well, shit. Guess they got what was coming. Corruption personified. I will cut you down. Das wäre ein Schmerz. Ich will nicht sagen, ja. Das zählt sogar als gut, wenn man die umbringt. Das wird positiv aufgefasst vom Spiel. Wenn man den Kuckucksklan killt. Ist ja auch was Positives, ne? Okay, ich muss mal demnächst noch mal wieder shoppen gehen. Muss ich mir mal merken, habe ich vorhin zwar schon gesagt, aber jo. Jo, 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 jo. Also irgendwie ist Strides Redemption nicht mehr so beliebt auf als Stream. Da guckt ja keiner zu. Immer nur zwei, drei Leute. Müssen wir mal irgendwas suchen, was ein bisschen mehrerdings Aufmerksamkeit hat. Ja. Hey, Trevonny, was geht? Arthur! Bist du beschäftigt, Arthur? Du hast sie aber schnell wieder erholt, oder? Was? Ja. Ich weiß, du denkst, dass ich nur ein bisschen aufmerksam bin. Was? Ein Mann von Worten und nicht von Aktion. Kein Mann überhaupt nicht. Ich denke, du bist wie ein Kuckuck und ein Kuckuck, aber trotzdem ein Mann. Ich denke, ich habe... Ich habe etwas interessantes gefunden. Ja? Hast du niemals einen Kuckuck verholt? Nein, niemals. Ich hätte sogar gedacht, natürlich verholt einen Kuckuck verholt. Du weißt, ich habe. Und was ist das Problem mit Kuckuckern? Der Kuckuck verholt? Du weißt, dass du eine Kuckuck in deinem Kopf hast? Nicht ganz. Die Kuckuck. Ich meine, ist es wert, die Verholtung? Manchmal. Ich weiß. Aber... Wenn du möchtest, mit mir zu kommen, kann ich dich zu einem neuen besten Freundin und er... er wird dir alle die decenten, verholtbaren Stagecoaches, die ein heißes Degenerator könnte. Ich könnte das ganze Leben brauchen. Ja. Genau, das haben wir gekriegt, die Mission uns. dass wir dann immer mal wieder Postkitchen überfallen können. Wir können dann einfach fragen, wo es eine gute Postkitchen gibt und er sagt uns dann, ne? Kann man es überfallen. Wie kann das ein neuer Freund sein, wenn er nicht mal weiß, wo er wohnt? Oder wo er arbeitet? Das ist das gleiche mit dir. Ich habe ein paar Komitee in diesem Weg. Ich habe ein paar Spiele zu finden. Spiele zu finden. Spiele? 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 haben wir ganz nett